so willkommen zurück bei snow runner und heute wollen wir uns mal diese bergungsmissionen angucken die wir letztes mal schon gesehen haben aber ich glaube wir haben sie halt nicht machen können genau weil wir keinen kranauflieger hatten den habe ich mir in der zwischenzeit besorgt seht ihr ja das gelbe ding allerdings habe ich auch noch mal was anderes gemacht nämlich diesen international trend star truck den wir mal vor ewigkeiten geborgen haben habe ich direkt auch mal aufgerüstet den habe ich in der werkstatt gesehen und ich habe mich so gefragt was können wir denn mit dem überhaupt machen und ja ich habe ihn ein bisschen aufgerüstet habe ein bisschen investiert habe einen größeren motor eingebaut und einen teleskop kran denn ich glaube dass wir den definitiv gut gebrauchen können bei diesem auf bei diesem auftrag denn die die waren die wir bergen müssen sind relativ schlecht erreichbar so da dachte ich mir wenn wir mal keine kosten und mühen scheuen und fahren hier mit schweren gerät an nachteil dieser truck hat nur heck antrieb das heißt wir können nicht irgendwie großartig durch schlamm fahren vielleicht geht das ganze auch tierisch in die hose aber wir werden mal sehen was wir so erreichen können heute also diesem truck will ich dann versuchen die waren zu bergen die ladungen und daneben mit dem auf den white western star hier zu verstauen jetzt müssen wir allerdings erstmal noch den auftrag kurz hier aktivieren das war nämlich dieser hier verfolgung starten ölfässer sollen wir nämlich bergen die liegen hier in diesem bereich einmal hier da werden wir wohl ganz gut hinkommen denn hier ist eine straße die recht gut befahrbar ist dann können wir die hier vom hang quasi mit dem kran können wir die ölfässer da hoffentlich ganz gut rausziehen schwieriger wird es bei den nächsten ich habe mir das nämlich schon mal angeguckt auf der karte da ist nun sehr schmaler fahrt da weiß ich nicht ob wir mit dem heck angetriebenen trendstar da durchkommen in diesen krantruck der nur heck antrieb hat aber ich würde sagen wir fahren jetzt erst mal vor mit dem weißen truck und ja schauen mal wie es so aussieht erstmal die erste ladung die sollten wir wahrscheinlich ja recht gut bergen können denke ich können wir uns auch gleich mal mit diesem teleskop kran da ein bisschen bekannt machen wenn man es so sagen kann ja und das sind jetzt auch die letzten beiden aufträge diese bergung und dann die bergung von den containern noch und dann sind wir tatsächlich hier auch auf dieser vierten map schon durch ja dann fehlen halt nur noch zwei aufträge auf der island lake map aber die sind ja im moment nicht wirklich leistbar weil einfach das spiel halt dort immer abstürzt das bedeutet also wir machen den auftrag jetzt hier noch mal sehen was wir dann noch so für kleinigkeiten machen können aber dann kommen halt die haupt aufträge mit der bohr ausrüstung und dann schon der sozusagen end auftrag in michigan und dann sind wir bald auch in alaska das dauert wahrscheinlich noch ein paar folgen aber allzu weit entfernt ist das ganze nicht mehr sagen wir mal so so bevor ich jetzt zu weit nach vorne presche hier mit diesem fahrzeug werde ich mal hier anhalten hier oben auf der kuppe und mit dem anderen nachziehen mit dem trendstar heißt er ja der andere truck und dann schauen wir mal ob wir mit dem überhaupt durch diese seichten schlammlöcher kommen ich hoffe ja schon weil wie gesagt ich habe extra den motor aufgerüstet damit wir ein bisschen mehr power haben trotz des heck antriebs das wird schon ein bisschen was machen so wo ist er denn da ist er und fahren wir mal mit dem guten stück darin das ist schon ein krasser aufbau ist natürlich auch schwer aber der motor wie gesagt gleicht es schon ein bisschen aus das wird kein ja das wäre halt so ein schweres gewicht auf dem rücken haben und zum anderen auch wahrscheinlich etwas besser durch offroad gelände kommen dieser truck gucken wir uns noch mal genauer an ist halt wie gesagt eines der dinger die wir mal geborgen haben das war auch in einer folge haben wir versucht diesen ganz steilen hang hochzuziehen ich weiß es noch ziemlich genau das ein bisschen gescheitert ist leider ja das ist jetzt natürlich so eine aufgabe die werden koop modus deutlich leichter zu bewältigen dann könnte nämlich einer das ding fahren hier und ein anderer den anderen truck so muss ich jetzt beides bewegen aber ich spiele tatsächlich auch lieber spiele erst mal solo durch und dann noch mal halt im koop oder multiplayer halt so und vielleicht kriegen wir auch schon probleme hier jetzt bei so leichten match geschichten ich habe nämlich ich habe vorsichtshalber noch ein offroad getriebe hier eingebaut also ich habe schon ein bisschen investieren müssen das uns noch mal zwei lasten geschenkt sozusagen falls wir doch mal in schwierigkeiten geraten sollten haben wir da immer noch mal ein bisschen möglichkeiten was zu machen da wir ja keine allrad haben so aber hier scheint er doch recht gut durchzukommen aber wir wissen ja auch dass es hier doch ziemlich tiefe schlamm abschnitte gibt zum teil ja aber bisher locker alles locker gut gut gemacht man muss ihn halt schon nachrüsten den wagen mit dem standard motor ist er glaube ich sehr schwach brüstig so machen wir motor wieder aus fahren wir hier erstmal weiter so wir müssen links lang brauche ich mir glaube ich gar nicht so eine großartigen sorgen machen jetzt hier um den um den truck da hinten das einzige was halt ein problem werden könnte ist halt dass er sehr schwer ist und ja leicht ins kippen kommen kann natürlich auch durch den kran der da oben oh was ist jetzt los hallo ja das bild ist wieder da komisch gerade kurz ein bildaussetzer gehabt ich weiß nicht ob ihr das auch hattet aufnahmeprogramm scheint noch aufzunehmen kann aber auch sein dass das nur bei mir war so okay da unten ist die erste ladung die ist ganz schön tief unten hoffentlich kommen wir da überhaupt dran mit dem kran aber hier ist ein guter platz dafür deswegen ja schaffe ich da nochmal den anhänger ab weg der ist da nämlich ziemlich im weg ähm dann werde ich da mit dem teleskop kran hinfahren und ähm ja gucken ob wir dann da das die ölfässer hoch kriegen ach scheiße er ist schon wieder bildaussetzer was ist da denn los ah shit ich kann den nicht ankoppeln weil ich den kran hinten dran habe das ist doof ach schon wieder ey was ist denn da los so ich muss hier nochmal kurz die steckverbindungen überprüfen ich hoffe dass das jetzt alles passt hier also bei mir war gerade wieder ein bildaussetzer ich weiß wie gesagt nicht ob ihr das gesehen konntet oder ob es bei euch auch war okay ich habe ihn jetzt ein bisschen den anhänger so ein bisschen weiter geschoben ich hoffe einfach dass der platz jetzt ausreicht weil wir können ihn durch den gelben kran den wir jetzt da noch mit dran gebaut haben nicht mehr ankoppeln so Motor aus und wir wechseln auf den krantruck ja jetzt habe ich auch endlich eine vernünftige verwendung für dieses fahrzeug ich meine es ist ja schon ein recht schicker truck wie ich finde der hat da einfach so ein bisschen in unserer garage rum gegammelt jetzt haben wir auch für den eine verwendung ich habe hier übrigens auch noch einen weiteren neuen truck gefunden den wollte ich euch auch nochmal zeigen ich weiß nicht ob wir es jetzt schaffen sonst kommt nochmal eine folge dazwischen eine etwas ruhigere wo wir den mal in die werkstatt evakuieren vielleicht auch ein bisschen aufrüsten so oh ja das ist jetzt hier schon ein bisschen tieferer schlamm wie gesagt nur heckantrieb aber das klappt sehr gut so und jetzt bin ich mal gespannt wie das mit dem kran klappen wird aber es ist auch relativ ne ich weiß gar nicht will der überhaupt rankommen aber ich würde sagen wir probieren es einfach ich glaube wir müssen seitlich ich bin mir nicht sicher aber ich glaube wir müssen seitlich upsala das war ein bisschen viel gas das hätte uns hier fast in den abgrund befördert so ich denke mal das sollte eigentlich passen so stützen können wir ausfahren auch gut hinterher kippen wir sonst noch da runter gut die ist da ein bisschen in der luft aber alles klar sieht an und für sich ganz gut aus wir wechseln jetzt mal den truck zu alles zu weit weg okay so dann fahren wir da manuell nochmal hin so mit dem hier aber dann schauen wir mal ob das klappt kann natürlich auch sein dass das einfach zu weit weg ist und wir da gar nicht drankommen aber ich dachte mir wenn ich mir so ein Teleskopkran schon kaufe ich glaube 7500 kostet das Ding ganz schön viel ähm dann ist das bestimmt auch nützlich ja okay dieser komische Strommast da der sieht unnützlich aus deswegen fahre ich mal ruhig hier recht nah dran so mal gucken was das wird hier Motor aus Truck wechseln sollte jetzt wieder gehen genau und jetzt Kranmodus und gucken wir mal wie weit wir hier kommen so heben senken heben oh ich habe mir fast einen auf den Deckel gegeben äh es passt Wahnsinn sowas muss ich jetzt machen heben ja ne andersrum Winde achso will heben senken wir ziehen hoch der Truck kippt noch nicht um glücklicherweise aber geiles Bild oder wir verlassen mal kurz den Kran oder sich will man das mal kurz angucken geile Sache ey das scheint wirklich gut zu funktionieren hier was wir hier machen ok ok ja ok wir verbraten die ganze Zeit Benzin das ist natürlich nicht so gut so ziehen wir mal hoch jetzt können wir glaube ich schon jetzt müssen wir mal diesen Kran wieder einfahren genau achso nach hinten drücken ok so drehen oh jetzt kommt diese blöde Stromanlage pssst oder auch nicht zum Glück nicht sonst hätten wir jetzt hier ganz Drummond Island den Strom gekostet so drehen wir den ganzen Bums ein bisschen rüber hä nein das wollte ich nicht ich wollte abhängen abhängen ja Kran wieder herstellen zack und jetzt wechseln wir nochmal den Motor aus Truck wechseln Ladung verladen zack ok cool das war schon mal die erste die wahrscheinlich einfachere Variante denn jetzt kommt noch ein etwas schwerer erreichbarer Ort glaube ich ähm und zwar wo ist es denn da hinten ne quatsch da müssen wir das hinbringen hier hinten also eigentlich müssen wir jetzt die Straße weiterfahren über die Brücke und dann hier in so einen kleinen verschachtelten Weg rein und dabei bin ich mir echt nicht sicher ob wir da vernünftig durchkommen mit diesem ganzen Kranaufbau die Straße haben wir glaube ich auch noch gar nicht befahren bin ich mir nicht sicher jetzt aber hier könnte man vielleicht dann den Kran hinstellen das heißt aber dass der eigentlich zuerst rein müsste hier ähm ja aber hier hinten werde ich nicht durchkommen da ist eine ziemlich tiefe Schlamm durchfahrt und es wäre auch ein hier diese Wege die sind mega eng da waren wir letztes Mal jetzt sind wir hier durchgefahren und haben diesen kleinen Truck hier gerettet da kommen wir definitiv nicht lang ja aber wir fahren jetzt einfach mal dahin und gucken es uns vor Ort an würde ich mal so vorschlagen vielleicht ist der Weg ja auch ja breiter als wir uns gedacht haben oder dann können wir jetzt auch das erste Mal unsere Brücke hier befahren die wir vor vieler vor vielen folgen ja so viele waren es jetzt auch nicht vor einiger Zeit mal gebaut haben so viele waren es Okay, hier ist also schon der Waldweg Jetzt wird es hier schon etwas eng Aber das sollte auch für den Krantruck eigentlich noch machbar sein Wobei es hier jetzt, oh ja, hier wird es ganz schön Vom Gefälle her ein bisschen kritisch Und ja, das hier, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht umkippen Wie gesagt, der Kran hat einen ziemlich hohen Aufbau Und dadurch Okay Kann er auch schneller umkippen Und hier ist ziemlich viel Schlamm Also das, diese Schlamm-Durchfahrt hier, die wird vielleicht noch ein Problem werden Für den, ähm, Truck, der nur Heckantrieb hat Das ist hier so ein bisschen die Krux Hier komme ich nämlich mit dem Wagen schon schlecht durch Der hat Allrad Deswegen bleibe ich mal direkt hier stehen Och, geht es hier überhaupt weiter? Ja, offenbar schon, aber Das wird also kein Kinderspiel hier, Leute Ich fahr nochmal hier ein paar Meter weiter hoch Ach, hier geht's lang, okay Ein Stückchen links quasi Ach so, ich bin ja noch im Lastengang Irgendwo da unten muss dann so ein kleiner Weg sein Wo wir mit dem Kran stehen können Aber ich sehe ihn jetzt von hier aus nicht Ach, das ist bestimmt die Klippe da Okay Das wird eine enge, enge Nummer, Leute So, Motor aus Und dann fahren wir erstmal mit dem Kran-Truck hinterher Und schauen, ob wir da durch den Schlamm durchkommen Sonst habe ich nämlich den jetzt da extra noch stehen lassen Den weißen Truck Damit wir den hier eventuell dann rausziehen Falls er stecken bleibt Ich darf nicht zu weit rechts kommen, glaube ich Wenn wir dann dort sind Ah, shit Und wir sind natürlich auch deutlich breiter hier mit den Mit diesem Kran Ja, das wird also Das wird alles nicht so easy werden Okay Aber der hat echt ordentlich Leistung Der Motor den wir da reingepfeffert haben Das ist glaube ich auch der Motor mit der meisten Leistung Die man überhaupt in Trucks bauen kann So Jetzt wird es interessant Leute Vorher machen wir nochmal kurz die Zeit weiter Das wird mir hier ein bisschen zu dämmerig Muss jetzt schon genau sehen Was hier passiert So wir machen jetzt hier Lieber eine Nummer langsamer Dafür aber Präziser So bis dahin ist alles Noch ganz einfach Aber jetzt wird es wie gesagt komplizierter Müssen wir hier einfach rollen So Schön Ein bisschen nachhelfen Jetzt können wir langsam einlenken Müssen wir auch Wir dürfen jetzt nicht zu weit nach links Wegen dem Abgrund Aber jetzt Müssen wir Hier weiter Wühlt sich jetzt hier ein bisschen rein Gut jetzt gehe ich direkt in den Lastengang Nee Da kommt er an seine Grenzen Heckantrieb Müssen wir uns ein bisschen mit der Winde rausziehen Aber das scheint ganz gut zu klappen Dafür dass er nur Heckantrieb hat Wühlt er sich doch ganz gut hier durch Ach scheiße Da ist noch ein Stein Ja Komm runter da Ja Wir sind runter vom Stein Moment Okay Das ist jetzt hier schon Das ist jetzt hier wiederum nicht so gut Wir müssten auch noch ein paar Meter vor eigentlich So Wenn wir jetzt Glück haben Kommen wir da an diese weiße Birke dran Nee Leider nicht Okay Moment Ja Aus dem Grund habe ich auch diesen Anderen Truck hier nämlich stehen lassen Ich habe schon gedacht Dass sowas passieren könnte Aber bis da hat er sich eigentlich Doch besser geschlagen Als ich es überhaupt erwartet habe Der Truck Hier unten So wir versuchen ihn mal zu ziehen Ja Ja Gut 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 So Jetzt ein bisschen links Ah ok Da ist auch schon die Dieser Vorsprung Den wir auf der Karte gesehen haben Da hinzukommen ist allerdings Jetzt auch nicht gerade einfach So eine enge Kurve hier also Das ist auch ein bisschen Wahnsinn So gut Den müssen wir jetzt Hier irgendwie parken Motor aus Gut Gut dann müssen wir den da jetzt noch hin Buchsieren Dann wird es interessant Ob wir da überhaupt rankommen Wieder Vielleicht war es auch alles umsonst Was wir hier machen Oh ich bin da einfach mal Etwas zuversichtlich Dass es vielleicht funktioniert So weit wie es geht Nach rechts Und dann hier Krane oben Ja Ihr seht schon was das Problem ist Glaube ich Irgendwo hängt die Kackmühle Ah jetzt aber Nicht kippen Nicht kippen Gott sei Dank So Da unten ist der ganze Kram Also Ich sollte rückwärts dran fahren Dann habe ich Oh oh Dann habe ich nämlich Mehr Freiheit mit dem Kran Glaube ich So Ich glaube hier können wir sogar Dann auch die Dinger ausfahren Jawoll Ich glaube das ist Hier ganz gut Mal sehen Jetzt die Frage Ob wir da überhaupt rankommen Ist schon ein bisschen Sehr weit weg Ne Wir fahren das Jetzt so weit aus Wie es geht Ah scheiße Es ist zu weit weg Leider Leider Fehlt noch was Ein bisschen ging noch Okay Von da hinten Können wir ihn vielleicht Kriegen Ja Wir müssen nochmal Auf diese Stelle Wahrscheinlich Okay das wird Natürlich jetzt noch Komplizierter Na ja Probieren wir es einfach mal Ich meine Ich weiß auch nicht wie wir da unten sonst hinkommen sollen Mit dem Truck Wir versuchen mal rückwärts da hin zu kommen So So Schauen wir mal ob wir jetzt die Stützen ausfahren können Ja das geht Wie war denn hoch nochmal So Okay Alles klar Dann schauen wir mal ob wir an den Bäumen vorbeikommen Ja Das sieht deutlich besser aus Würde ich mal so behaupten Und damit kommen wir auch an die Fracht Oder Ja Oder auch nicht Ich kann sie nicht anketteln Anketten Bin genau darüber Aber es Anscheinend Das ist zu tief Na so ein Mist aber auch Kommen wir nicht hin Ja aber noch tiefer können wir nicht Ne Ne Das war schon das tiefste was wir können Tja Das ist das Seil zu kurz wie es aussieht Aber wie sollen wir denn da verflucht nochmal hinkommen sonst Da unten können wir ja auch nirgendwo lang Da hinten ist eine Straße Lassen den jetzt mal hier einfach so stehen und wechseln nochmal rüber Wir fahren mal hier einfach die Straße runter und gucken ob wir da unten irgendwie lang können Weil wir haben ja glücklicherweise auch auf dem hier einen kleinen Kran drauf Sonst können wir den da nämlich einfach so einsammeln Tja Hätte ja gedacht dass das wahrscheinlich irgendwie geht aber leider ist es wohl doch zu weit weg Also für mich sieht es ehrlich gesagt nicht so aus als ob wir hier lang fahren könnten Wir können uns da mal rantasten Aber Naja hier ist noch ein bisschen Bisschen Matsch und so Bisschen Matsch und so Okay, hm, unser Auspuff ist gerade noch so über Wasser. Ne, ist zu tief, glaube ich. Ist einfach zu tief hier. Guck mal nicht hin. Guck mal auch nicht mehr weg hier. So, doch, so geht's. Ja, Mensch, schade, schade, ey. Da haben wir das da so schön eigentlich vorbereitet, aber kriegen wir so nicht weg, wie es aussieht. Gucken wir hier schnell nochmal raus, sonst sind wir hier gleich festgefahren. Oh, oh, oh. Boah, das Ding ist aber auch hier komplett am Eskalieren. Da haben wir uns verfranzt. Da haben wir uns richtig verfranzt. Mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder wegkommen. Tja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als diese Kisten da erstmal wegzubringen, die wir jetzt schon geborgen haben. Und dann, ähm, den Wagen hier mit einem Schnorchel auszustatten. Also mit einem längeren Auspuff, sodass wir quasi tiefer durch, ähm, Wasser durch können. Und dann versuchen, irgendwie da von unten hin, hinzukommen. Ja, das wird die einzige Variante sein. Gucken mal, ob wir jetzt überhaupt hier noch von weg kommen. Eigentlich wollte ich den Weg hier nicht nehmen, aber wenn jetzt hier gerade eigentlich der andere Weg noch versperrt ist, machen wir es einfach trotzdem. Mit dem Wagen sollte es gehen, mit dem Truck, aber mit dem anderen wahrscheinlich. Es wird das zu kompliziert, mit dem, ähm, Kran-Truck, den wir da jetzt noch haben, der ja nur Heckantrieb hat. So, gut, wir machen das jetzt einfach so. Wir bringen jetzt hier nochmal die Fässer weg. Und dann, ähm, werfen wir nochmal einen Blick auf den anderen Kran und schauen uns das nochmal ganz genau an. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach... Ja, da ist es noch ein bisschen, äh... Oh je. Oh nein. Das war's. Das war blöd. Dabei hat es so gut angefangen, ne? Es hat so gut angefangen, aber... Naja, es war auch blöd von mir hier langzufahren. Wieso kann ich denn jetzt hier keine Winde? Ach, okay. Weil der Wagen so sehr auf der Seite liegt, dass ich hier nichts anwenden kann, geht die Winde natürlich nicht mehr. Scheiße. Tja, das heißt wohl wieder Fleetstar Action. Da muss ich den hier wieder rausziehen. Ah, das Ganze ist echt in einem Desaster geendet hier. Wo ist der andere Truck? Hm, 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 hm. Jo. Nützt ja alles nichts. Muss ich da hin und den da wieder rausziehen. Gucken, dass ich irgendwie die, ähm... Fässer da noch rette. Und, ähm... Ja. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, wie wir da noch zu den zweiten Fässern kommen. Und, äh... Ob wir die da irgendwie wegkriegen. Äh, die ganze Bergeaktion jetzt hier, die dauert jetzt bestimmt erstmal eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, die... Sparen wir uns einfach mal. Und, ja, ich bin am überlegen, ob ich dann... Ja, da muss ich nochmal wieder mit dem... Mit dem Truck zurück in die Werkstatt. Und, ähm... Ja. Den muss ich da einen längeren Auspuff dran bauen. Also, dann muss ich wieder nach Smithville und dann wieder hierher. Also... Da ist wieder jetzt erstmal mega viel Fahrerei, die einfach nicht so spannend ist für euch. Deswegen, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, bis auf den Schluss. Aber es passiert halt manchmal so ein Spiel. Und, ähm... Ja. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Gerne mal Feedback hinterlassen. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 . Ciao. Vielen Dank.